Hallo Freunde und Willkommen zu einem neuen Video hier bei Simmel Plus. Ich bin Walter und heute werden wir Taricha kennenlernen. Das ist eine Stadt in Bolivien, die wunderschön ist, bekannt ist für schöne Musik, für die wunderschönen Frauen. Meine Freundin ist aus Taricha. Und wir werden heute Taricha kennenlernen, uns die Stadt anschauen und Fast Food essen von der Straße. Oder Street Food, das ist das, was wir probieren wollen. Und ja, ein bisschen die Stadt kennen. Hier, ich bin gerade in Taricha, ist eine Kirche, wo ich gerade jetzt das Intro aufnehme. Der Tag ist schon vorbei und deswegen fangen wir von vorne an mit der Anfahrt. Ja, wir müssen jetzt auf unseren Bus warten. Der sollte demnächst kommen. Und in der Zwischenzeit müssen wir hier ein bisschen abwarten. Hier sehr, sehr viel Trubel, sehr, sehr viel los. Hier verkaufen die jetzt das ganze Zeug, die ganze Zeit laufen irgendwelche Leute rum. Wollen die Coca verkaufen, alles Mögliche. Hier kommt noch mal ein Verkäufer, verkauft Brötchen, die belegt sind. Wir wollen, ähm, Bebida, La Azul. Ja, also so sehen unsere Sitzgelegenheiten aus. Lassen sich auch nach hinten verschieben. Hier kann man dann, so wie ich das sehe, die Füße hinlegen. Das ist eigentlich sehr luxuriös gemacht. Finde ich sehr schön. Für den Preis ist das gut. Wie viele Stunden haben wir hier? 12 Stunden? Ja, 12 Stunden fahren wir. Ah ja, wir wollen jetzt sehen, ob wir Strom haben. Haben wir? Ja, wir haben Strom. Ja, wir haben sogar Strom hier. Also alles sehr, sehr perfekt. Wir sind jetzt in Paris angekommen. Und es ist sehr, sehr anders. Schaut mal. Das hier ist auch so eine typisch bolivianische Frau. Und im Gegensatz zu Sander Cruz, wo Sander Cruz aussieht wie Miami, ist hier eher so alles mehr so texanisch, alles so mexikanisch. Es ist ein bisschen mexikanisch, oder? Nein. Nein. Nein? Okay. Es ist nicht mexikanisch. Aber es ist mehr so eine Wüstenlandschaft mit Steinen, mit Kaktussen. Und die Landschaft ist komplett anders hier. Wir gehen jetzt was frühstücken. Wir frühstücken was sehr typisches hier. Wir wollen nur ganz schnell was frühstücken und dann weiter gehen. mit so dieser typischen Kleidung von denen. Wir befinden uns jetzt im Winter. Deswegen ist es morgens eiskalt. Wir haben hier 8 Grad in der Früh. Und mittags haben wir jetzt 30-34 Grad. Das heißt, man muss hier die Kleidung durchwechseln. Und ich wechsle. Hier! Hallo. Hallo Hallo Was hast du für heute? Leche, mattes, kaffee, schokolade, Api und alles mit Api Ja, zwei Api und vier Api Ja Ja Ok, wir haben jetzt hier ein typisch Bolivianisches Frühstück Wir haben hier einmal ein Mais getränkt Das ist roter Mais und hier ist es Ja, das ist sowas für ein Fun Habe ich noch nie gegessen Werden wir jetzt probieren Ja, schmeckt mit Pfannkuchen Es schmeckt mit Pfannkuchen Also es ist so ein bisschen Street Food Einziges Problem hier ist, dass der Rauch von dem Grill hier rein weht und sitzt hier quasi drauf Das ist vielleicht nicht ganz gesund aber Ja Das Maisgetränke ist super warm Aber schmeckt wie ein Kompott ein bisschen Es ist wie ein Kompott Ja 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 Also 1,50 hat das ganze gekostet So hier sind überall kleine Geschäfte mit kleinen Hier werden Autoparts verkauft woanders werden Computerteile verkauft und sind jetzt hier Lebensmittelladen ein Mini Kann nicht mehr vorbei gehen So, dass man es sieht Solche Lebensmittelläden gibt es hier zuhauf Da tritt man auch gar nicht rein Oh, jetzt müssen wir aufpassen weil die ganzen Arbeite hier gerade asphaltiert haben Arbeiten noch mit Schaufeln Hier ist eine Autowaschanlage Wahrscheinlich in der Garage dann Und hier wird geschminkt Also alles wild durcheinander und überall so super kleine neben dem Häuschen so Miniläden also jeder macht irgendwie so seinen eigenen Grab jeder verkauft irgendwas, jeder macht was Oh, mirad diese Flore Jetzt müsst ihr mal schauen wie das hier aussieht Das ist hier richtig schön mit den Blumenbäumen hier Obwohl das hier mitten im Winter ist, ne? Also ist das so schön hier Nur hier weil es eine alte Partie aber dann... Ah ok, wir sind jetzt sowas wie in einer Altstadt Deswegen ist das hier so Hier ist ein Haus das wird wahrscheinlich niemals fertiggestellt Das ist einfach nur Ziegelsteine Hier ebenfalls Einfach nur Ziegelsteine in Rot Das ist so deren Bauart Wird niemals fertiggestellt Wir haben uns jetzt frisch gemacht nach der Fahrt nach dem Frühstück Jetzt wir gehen wieder durch die Stadt und hier sind jetzt ganz ganz viele Hier ist einfach mal eine Straße wo ganz viel Fleisch verkauft wird Also es ist eine Straße wo ausschließlich Fleisch verkauft wird ausschließlich Fleisch Das ist hier völlig normal Das ist auch in Santa Cruz so dass es dann einfach eine ganze Straße geht wo nur eine Sache verkauft wird Das ist eigentlich schlecht für die Konkurrenz weil man ja direkt zum nächsten gehen kann und fragen kann was das kostet und sehen kann, was die Konkurrenz anbietet Aber die Bolivianen ticken so Das ist einfach eine andere Welt Oh, hier stinkt das richtig Das ist einfach ein Fleisch Hier ist richtig viel Fleischproduktion Jetzt kommen wir gleich vorbei an einer Dame, die Popcorn macht Das ist völlig normal hier Hier wird einfach Popcorn gemacht für uns Kostet ein Bolivianen Also so eine Popcornhüte kostet ein Bolivianen Das sind keine Ahnung, ein paar Cent 20, 30 Cent Irgendwas in der Art Hier sind jetzt Elektrofachgeschäfte direkt daneben jetzt so eine riesige Straße mit Computerstaff und alles und so Zeugs Mikros Boxen So sieht das aus Also hier ist alles super, super günstig Das liegt daran dass wir an der Grenze zu Argentinien sind und in Argentinien ist halt alles alles sehr billig und hier wird alles aus Argentinien reingeschleppt Hier gibt's Sachen, die gibt's in Santa Cruz nicht Und jetzt haut schon langsam die Hitze rein Wir haben jetzt 12 Uhr Jetzt sind wir wahrscheinlich schon bei 25 Grad Heute soll es um 31, 34 Grad geben also es wird gleich richtig heiß Ich will, dass es in 3 und es gibt preis wie so Okay, jetzt schauen wir uns mal ein Laden an wo für 10 bis 30 Bolivianen Aber jetzt wird es auch ein bisschen Hier ist die Die Dämpferung hier ist die Dämpferung hier ist die Dämpferung hier ist die Dämpferung Ja, a ver, Steafood, vamos! Was ist das? Ich habe eine von Fleisch, Folle und Manzana. Eine von Fleisch? Wie ist das? Eine von Fleisch. Das ist das von Fleisch. Das? Das ist das von Fleisch. Danke. Das ist das von Fleisch. Und du kannst es mit das auch. Mit was? Ah, mit Fleisch? Das ist das von Fleisch. Das ist mit Fleisch. Du willst mit Fleisch? Ja, ich will. Das ist sehr mit Fleisch. Ja, ich weiß es. Ja. Du musst es mit Fleisch und dann mit das. Okay, okay, okay. Ja, es ist von Fleisch, Folle, 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 Folle. Das ist mit Kartoffeln. Das ging nicht mit Fleisch, sondern mit Kartoffeln. Das schmeckt prima. Wir sind jetzt in einem Park. Die Bäume sind sehr, sehr alt hier. Die Bäume sind sehr, sehr alt hier. Die Bäume sind sehr, sehr alt hier. Aktuell gibt es hier halt nur diese Bäume. Und die blühen halt alle nicht. Weil normalerweise ist es so alles super bunt. Selbst die Bäume haben blühten. Und jetzt ist alles ja ein bisschen trist. Okay. Eine Mal wieder. Ja, ich habe es. Es ist sehr klein. Okay. Look. Es ist mini-mini. Für dich. Für mich. Das ist ein bisschen bitter. Es hat ein bisschen... Acid. Es hat ein bisschen... Acid. Es hat ein bisschen... Es ist wie ein Limon, aber in Forma von Mandarina. Ah, ja. Okay, wir gehen. Also hier ist... An jedem Ort, irgendwie ein Baum, wo man auch irgendwie was runterpflicken kann. Wir schreien jetzt ein. Wir gehen da jetzt rein in einen Markt. So, das sieht hier so aus. Diese ganze Straße ist eigentlich im Markt. Es sind überall Leute. Wir wollen alle irgendwas verkaufen. Aber jetzt gehen wir in einen Markt rein, der im Gebäude ist. Oh, wow. Wie das hier aussieht. Das musst du ja sehen. Hier wird alles Mögliche verkauft. Da werden auch Hüte verkauft. Die interessieren mich. Aber es ist unglaublich, wie hier random alles Mögliche verkauft wird. Guck mal, das sind Hüte. Das sind Lederhüte. Selbst gemacht. Jetzt bin ich ein Cowboy. Jetzt bin ich ein Cowboy. Baquer. Baquer, baquer. Baquer. Ja, ja. Danke. Aber hier verkaufen sie irgendwer, oder? Nein, es sind wie frutas. Hier sind frutas. Hier werden irgendwelche Gemüse verkauft. Daneben irgendwelche Pflanzen. Ja, aber diese Pflanzen sind nicht immer. Sie sind von kleinen Empfehlungen, die sie helfen. Sie sind immer. Ah, okay. Das hier ist wohl nicht immer da. Das ist wohl hier nur jetzt. Das soll auch irgendwie Menschen helfen. Das wird dann wahrscheinlich gespendet, das Geld. Okay. Jetzt sind wir bei den Früchten angekommen. Die werden lauter Früchte verkauft. Alles Mögliche, was das betrifft. Dadurch, dass die sehr katholisch sind, haben sich hier jetzt so... Ich weiß nicht, so ein... Heilige aufgestellt. Und die Tarichinier, die glauben halt an diese Heiligen ganz stark. Das sind so, ja. Deren Heilige. Ah, ja. Sie haben hier einen Lift heroben, wo dann der Markt weitergeht. Ja. Ja. Hier ist es sehr, sehr sauber. Das finde ich sehr gut hier. Das gefällt mir. Ja, wir gehen jetzt kurz zurück. Wir haben uns das jetzt angesehen. Also hier wird halt Fleisch verkauft, ne? Und Käse. Ich habe jetzt einen Käse probiert von der Zige, der hat mir nicht so geschmeckt. Und... Typisches von hier zum Essen. Was ist das? Das ist so. 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 Ja. Okay. Wir sind jetzt hoch gekommen. Und hier oben sind die Restaurants. Das sind so alles. So Mini-Restaurants mit Mini-Küchen, die eigentlich von zu Hause sein können. und hier essen die Leute richtig typisches Essen von Bolivien, schaut mal, also es sieht hier so aus, was sieht es dann hier essen und die Küchen sind hier auch so richtig typisch, so Heimküche würde ich sagen und kostet alles unter 5 Euro Ja, also ich habe jetzt von meiner Freundin das jetzt bekommen, was soll ich essen, das essen die Bolivianen morgens, wenn sie eine Karte haben vom Trinken vom gestrigen Tag und was gebetet sehe ist, der hat Reis, Nudeln und sowas wie Fleisch, es ist wie Karne, oder? Ja, es ist Karne Und dann haben wir hierzu noch eine Saisen, die sehr typisch ist für Bolivien, die aber scharf ist, aber die mir sehr gefällt Ja, so sieht das hier aus Mh, sehr caliente Mh, der Fleisch ist sehr heiß Aber das schmeckt sehr prima Okay, wir gehen jetzt, so wie ich das verstanden, auf den Hauptplatz von Taricna Und da gibt es eine wunderschöne Kirche, die ich jetzt schon sehen kann Und im Gegensatz zu Santa Cruz gibt es hier viele Berge, also die Landschaft ist bergiger Ich muss euch übrigens noch Santa Cruz zeigen, das habe ich noch gar nicht gemacht Aber das machen wir auf jeden Fall als nächstes Da zeige ich euch einige Plätze, da werde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen als hier Und werde euch auch den Markt zeigen und all das Aber jetzt schauen wir uns erst mal Taricna an Schaut euch mal an, hier ist es ein bisschen bergiger, ne? Und da vorne, da seht ihr schon die Kirche Und wofür Taricna ganz besonders bekannt ist, ist es für ihren Wein Deswegen wird auch an jedem Ort hier Wein verkauft So, was sieht das aus Hier ist schon wieder Wein, wird überall Wein verkauft In allen locations werden »Vender Vino«, oder? Ja, ja Die Autos hier sind super super alt Schock domain Schau 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 Erstmal ist die Auto, veintיioso Schau Tops Busvorrat bildet Raumi Die Bolivianer lieben es, wenn hier irgendwelche Leute mit einer Kamera kommen Das finde ich richtig angenehm. Nicht so wie in Deutschland, wo dann jeder dir die Kamera wegschlagen will. Wir begrüßen die Leute, winken einem zu. Das finde ich sehr hübsch. Das hier ist so klassische Kleidung von denen. So ein Boncho. So, wir kommen jetzt schon langsam näher an diese wunderschöne Kirche. So sieht sie aus. Schaut mal. Die Sonne scheint grad echt herunter. Das ist jetzt vielleicht nicht der Kölner Dom. Aber für bolivianische Verhältnisse ist es doch ziemlich schön. Uh, wie interessant. Wir wollen das jetzt ausprobieren. Hallo, wie geht's? Eine bitte. Por favor. Mit mir, von allem. Danke. Danke. Mmh. Dulce, oder? Ja, ja. Das ist süß. Was ist das? Masana? Nein. La Cajote. Ich zeige dir eine Foto. Okay, ich weiß nicht was das ist, aber es schmeckt sehr gut. Ich mag diese Palmen hier, die hier wachsen. Riesig. In dieser Gegend. In dieser Gegend. In dieser Gegend. Mira, que hermosa. No? Es ist Palma. Palmera. 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 Es ist alles günstig. Das finde ich wunderbar für mich. Es ist alles günstig. Es ist alles günstig. Es ist alles günstig. Es ist alles günstig. Es schmeckt super. Und normalerweise ist es hier alles viel viel grüner. Ich weiß nicht wie das grüner geht. Aber schaut mal diese Palmen hier an. Puedes mostrarte. La Palmera. Por ejemplo. Es ist wie so eine Oase. Mira, uno, uno. Da ist gerade eine Demo. Demonstrieren für irgendwas. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. La Valta. Was ist passiert? 1, 2, 3 Ja, ja, du musst gehen und so weiter Und alle warten denn niemand will dich verlettern Ja, du willst dich nicht Ja, du willst Ja, du willst Ja, du willst dich nicht Wir essen hier? Ja, wir essen hier Und hier sind die Die sind wie ein Strait food Es ist wie ein Strait food, nicht? Die sind die Kaste und die Kaste und die Kaste, die Kaste und die Kaste und die Kaste. Das ist wie ein Schwarz Fisch? Ja, das ist wie ein Spanat? Das ist wie ein Spanat? Ja, genau Die sind es wie ein Spanat? Diese ist ein Antikuch. Sie haben ein Antikuch. Er hat ein Antikuch. Und eine Tripa. Diese sind Antikuch. Diese sind Antikuch. Ein paar Frise für mich. Ja. Es ist ein Kies. Passtel de Käse? Ah ja. Das hier ist ein Käse. Die machen hier immer super viel Zucker noch oben drauf. Aber ich mag das nicht. Weil die Mischung aus Salz und Zucker gefällt mir nicht. Deswegen hab ich gesagt zu probieren. Wir machen jetzt nur diese Spitze. Mal gucken. Me gusta. Guten Appetit. 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 Okay, jetzt hab ich hier so was. So wie ich das verstanden hab, ist das irgendwie ein Hässchen und Gedärme oder irgendwie so was. Aber ehrlich gesagt bin ich mir sicher, dass das gar nicht stimmt. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Ich probier's jetzt einfach mal aus. Vielleicht ist das auch Leber. Aben. 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 Was ist das? Corazón. Corazón de Kien? Nein, nein, ja, nein. No sabe lo mismo. De vaca. Okay, also ist das doch ein Herz von einer Kuh. Aber schmeckt hervorragend. Aber schmeckt hervorragend. Katoffeln? Das ist Papa, ne? Si Papa. Ich hab nicht da. Kau Sei macho, Giorno. Macho. Du bist ein Mann von deinem Generation. Nein, nein, nein. Das ist nicht so. Das ist fein. Entschuldigung. Danke. Jetzt sind wir da. Ja, bei der Plaza, also dem Hauptplatz von Taricam. Das sind wir nachts hier. Das ist auch wunderschön. Tagsüber habe ich es jetzt noch nicht gesehen, aber... Wunderschöne alte Gebäude. Es ist sehr schön beleuchtet. Es gibt hier sehr viele... Ja, auch so was wie Weihnachtsbeleuchtung, also... Und dann halt riesige Palmen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so hinter mir. Da seht ihr eine der großen Palmen. Das sind diese riesigen Palmen, die ich euch schon mittags gezeigt habe. Die sind hier überall. Das sind halt diese Bäume. Ich weiß nicht, die... Sind aber auch anders wie die in Europa. Ich kann das nicht einordnen so richtig. Aber sehen auch sehr wunderschön aus. Ich drehe mich noch hier ein bisschen. Damit ihr hier ein bisschen mehr seht. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung hier. Hier werden überall irgendwelche Sachen wieder verkauft. Luftballons werden hier super gerne verkauft. Christophon, ein Musiker spielt hier Saxophon. Ich liebe Saxophon. Da gehen wir gleich hin. Ich liebe Saxophon. Ich liebe Saxophon. Ich liebe Saxophon. Jetzt schauen wir mal. Wir hören jetzt ein bisschen dem Saxophon zu. Weil ich es super gerne habe. Also, ich는 nicht alle, ich will, ich weiß nicht. Ich liebe es schon. Ich nehme dich mal. Ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht. Schuhe. Ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Freunde, ich bin jetzt an der Kirche angelangt, wo wir angefangen haben, mit diesem Video, mit meinem Intro. Und auch wenn es Winter ist, finde ich die Natur hier wunderwunderschön. Deswegen freut es mich, dass auch ihr es kennenlernen konntet. Und hier seht ihr noch zwei weitere Videos und wir werden uns auf jeden Fall noch wieder hören und sehen. Und erwartet mehr Videos von mir, macht ein Abo, damit ihr nichts weiter verpasst aus Bolivien. Und der Welt der Bolivianer hier, der Latinos. Also, bis dann. Ciao, ciao.